Hallo ihr Lieben und ganz herzlich willkommen zurück bei DSA Satinavs Ketten. Ja, in der letzten Folge haben wir sehr, sehr viel mit Giacomo Nauter gesprochen und er hat uns von Magister Eichwart erzählt, zu dem wir gleich gehen wollen, aber erstmal gucken wir uns hier ein wenig um. Erstaunlich. Hinter diesem Zauberglas ist die ganze Welt viel größer. Braucht ihr dieses magische Guckglas noch? Die Lupe? Im Augenblick nicht. Bring sie aber zurück. Die Handschrift der Magistra Dorota ist winzig. Magisches Guckglas finde ich ja sehr, sehr süß. Nauters Nachforschungen scheinen sich besonders auf den Weinkeller der Akademie konzentriert zu haben. Da wollen wir doch mal einpacken. Ich nehme euch das weg. Ihr braucht einen klaren Geist. In Vino Veritas. Ja, sicher. Schreibt es auf und hängt es an die Wand. Ja. Ach, herrlich. Ganz genau. So, hier wieder Tafeln. Quid est veritas. Was ist Wahrheit? Keine Ahnung. Ist mir im Augenblick auch gleich. Sehr nachvollziehbar. Ich sterbe lieber für Nuri. Wie wäre es denn, wir überleben stattdessen alle? Den Vorschlag finde ich wirklich am besten. Wir überleben einfach alle. Nee, diskere Cessa. Höre nicht auf zu lernen. Tiefsinnig. Wohl wahr. Können wir noch was mit denen anfangen? Sind das Zauberformeln? Leersprüche. In der gelehrten Sprache. Aber recht kleingeistig, wenn ich das sagen darf. Warum können Marge nicht einfach in der gemeinen Sprache schreiben? Warum können Marge nicht... Ja. Das frage ich mich auch. Übrigens, ist das Lateinische hier in DSA? Halt eine eigene Sprache, also die natürlich hier nicht Latein heißt, sondern irgendwie anders. Ich weiß leider nicht mehr wie. Ich glaube, es war irgendwas mit B. Ei, Bücherregale. Tja. Zu den Bücherregalen kommen wir später noch. Das kann ich euch schon mal verraten. Wohl wahr. So, jetzt gehen wir mal hier raus. So, und hier ist dieser Magister Eichwart drinne. Aber da kommen wir nicht hinein. Keine Antwort. Dann gehen wir nochmal hier durch das Fenster. Und hier haben wir ja schon mal durchgelobt. So wie die Bretter angeschlagen sind, halten sie doch nicht einmal Tauben ab. Ähm, das müssen wir jetzt irgendwie aufkriegen mit dem Messer. Ich nehme mal nicht. Viel zu klein, um das Fenster aufzubrechen. Natürlich. Das in Warn zu setzen, ist wahrscheinlich auch keine gute Idee. Ich muss diese Gedanken bekämpfen. Okay, mit einem Buch wohl auch nicht. Mit einem Rezept nicht. Ach, mit der Mistgabel vielleicht. Na, das sieht ja hier wirklich sehr einladend aus. Und was haben wir da? Natürlich ein Raben, aber mit dem können wir nichts machen. Ein Ungeheuer. Tod, auffällig jedenfalls. Ja, das sieht ziemlich tot aus. Notizen. Hier steht etwas. Über den Käfig des Asmodeus. Was immer hineingetan wird, kann nie mehr herausgenommen werden. Außer vom Meister Asmodeus höchst selbst. Aber Meister Asmodeus ist schon seit Jahren tot. Na, was ein Zufall. Oh Gott, das ist ja gruselig. Hier sitzt auch noch ein Rabe. Okay, ein Magierhut. Ich finde diese Hüte süß. Mhm, natürlich. Okay. Ich traue mich schon gar nicht mehr, ihn ein drittes oder viertes Mal anzusprechen. Aber okay. Furchtbar gruselig, wenn man mich fragt. Ich habe auch keine Ahnung, was das bedeutet. Ich habe es schon wieder vergessen. Ich kann keine Dateien. Quot Dei Benevertant. Die Götter werden dir nicht mehr helfen. Was? Heos Causa Dischemus. Sind das Zauberformeln? Heos Causa Dischemus. Okay, damit können wir anscheinend nichts weiter anfangen. Und wir haben alles angesehen. Wir haben jetzt also nur diesen Hut. Aber nie verstanden. Vielleicht sollten wir zurück zu Giacomo Nauta und ihn mal fragen, was dieses Eos Causa Dischemus bedeutet. Die haben wir uns ja schon angesehen. Dahinter muss ein Geheimfach sein. Oh. Ach so. Und hier? Das kann man sich vielleicht noch zusammenreimen, was das bedeutet. Andergast Vivat. Andergast Crescat. Andergast Floriat. Vivat. Wahrscheinlich Lebe. Andergast Lebe oder irgendwie sowas. Was war das andere? Crescat. Keine Ahnung. Andergast Floriat. Flora und Fauna. Vielleicht Eblühe, Andergast Blühe oder irgendwie sowas. Keine Ahnung. Wahrscheinlich klinge ich total falsch und habe mich gerade komplett blamiert. Wir versuchen dann mal hier die... Achso, die kann man einfach so wegnehmen. Die Tafel kremt. Ich dachte schon. Aber wir haben ja unser ultimatives MacGyver Messer. Das funktioniert. Sieh an. Ein Schlüssel. Das muss ein Zauberschlüssel sein. Prima. Das muss ein Zauberschlüssel sein. Wirklich, hätte ich nicht gedacht. Und jetzt haben wir hier... Interessant. Wenn man das Wort Eos umdreht, werden aus den Buchstaben Zahlen. Ach, wirklich. Aha, eine 5. Eine 1 und eine 3. Sieht aus wie ein N. Oder ist das eine 1 und eine 2? Ach, eine 12. Vermutlich, weil es verbunden ist. Keine Ahnung. Wir gehen erstmal gerade zurück zu Giacomona, oder? Mal gucken, ob er uns helfen kann. Mit Magister Eichwart. Wir müssen reden. Ah, na guck mal. Was bedeutet Eios Causa Diskimus? Magister Eichwart wiederholt immer nur diese eine Formel. Aha. Das kann ich dir sagen. Es bedeutet, ihretwegen lernen wir. Ein bekannter Spruch unter Gelehrten, der sich auch für Sinde bezieht. Die Göttin der Weisheit. Was will der Magister damit sagen? Beim Barte des Kobolds, wenn ich das wüsste. Der Wahnsinn hat wohl auch ihn erfasst. Hm. Bin gleich zurück. Okay. Wir kümmern uns jetzt erstmal um den Schlüssel. Dafür müssen wir hier hinaus. Und hier war doch eine Öffnung. Was gehört dort hinein? Der Stab einer Sonnenuhr vielleicht? Nein, mein Guter. Vielleicht der Schlüssel. Wir probieren es mal aus. Er könnte in dieses Loch passen. Aha. Schön. Und was nun? Das Ganze dient hoffentlich nicht nur der Erbauung. Okay. Jetzt haben wir hier also die ganzen Götter. Fangen wir einfach mal hier oben an. Der grimmige Firon. Hoffentlich hat Gwinling den Weg in deine Jagdgründe gefunden. Okay. Jetzt werden hier wohl also die zwölf Götter vorgestellt. Das ist schön. Dann brauche ich das nicht machen. Ich kann mich ihnen nicht an alle erinnern, wenn ich ehrlich bin. Die wandelbare Eidechse Ingwal. Von manchen auch Zar genannt. Glück und List. Noch hat Fex mich nicht verlassen. Genau. Fex. Er sagt ja immer, Fex, steh mir bei. Da betet er dann wohl für Glück. Das ist schön. Ach Gott. Pryos, der Götterfürst. Erster unter den Göttern. Der Obermutz also. Die Kriegsgöttin steht uns im Kampf gegen Nostria bei. Meistens. Der unberechenbare Meeresgott. Ah, von dem haben wir noch eine Statue in Enkwi gesehen, wo dieser Schmuggler dran lehnte. Travia. Treu, fürsorglich, verlässlich und ein bisschen langweilig. Aber das habe ich nicht gesagt. Nein, das hat Travia bestimmt nicht gehört. Der Herr über das Totenreich. Nuri wirst du noch nicht bekommen. Aber den Seher werde ich bald zu dir schicken. Da freut sich Boren mit Sicherheit. Die Göttin der Weisheit hat in Andergast einen schweren Stand. Okay, somit haben wir jetzt also über die zwölf Götter ein bisschen was gelernt. Und, tja, natürlich sind wir nicht hier, um über die Götter was zu lernen, sondern um uns nochmal mit der Tafel hier auseinanderzusetzen. Und ich werde jetzt folgendes machen. Ich nehme mir gerade mal Stift und Papier und schreibe mir jetzt einmal die fünf, dann, tja, vielleicht die zwölf, die eins und die drei auf, damit ich nicht ständig auf diese Tafel gucken muss. Vielleicht ist das auch nur eins und nur zwei, ich bin mir nicht ganz sicher. Und ich gehe jetzt mal davon aus, beziehungsweise weiß ich ja, was wir hier tun müssen, dass wir hier diese Tafeln runterdrücken müssen in einer bestimmten Reihenfolge, die ich aber nicht mehr weiß. Ich weiß nicht mehr, wo es angefangen hat. Und ich weiß nicht mehr genau, wie man zählte. Also, das hört sich jetzt ein bisschen blöder an, aber... Ähm, Prajos ist ja der Erste unter den Göttern. Prajos, der Götterfürst, Erster unter den Göttern. Genau, und deswegen nehme ich einfach mal an, wir fangen an, von dem hier aus zu zählen. Nur fangen wir jetzt hier bei dem mit der Eins an oder fangen wir hier mit der Eins an? Wenn er der Erste ist, dann muss man ja eigentlich bei ihm anfangen. Also machen wir mal eins, zwei, drei, vier, fünf, kommen bei Boron an. Was geschieht jetzt? Gar nichts. Und jetzt ist die Frage, zählt man jetzt von Boron aus weiter oder wieder von dem hier? Ich fange mal von hier an und ich nehme mal an, es ist eine zwölf. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf. Ja, das war ja eigentlich logisch. So, dann ist er die Nummer eins. Und jetzt kommt noch die drei. Eins, zwei, drei. Und mal gucken, ob das jetzt richtig war. Es tut sich nichts. Oh doch, es tut sich was.